Musik Ziehen Sie mit aufgestellten Beinen die Füße nah zum Gesäß oder schlagen Sie das rechte Bein über das linke. Atmen Sie ein, strecken Sie die Arme zur Seite, atmen Sie aus, lassen Sie die Knie nach links fallen und drehen Sie den Kopf nach rechts. Mit der nächsten Einatmung kommen Sie zurück zur Mitte. Lassen Sie die Beine parallel oder schlagen Sie nun das linke über das rechte Bein. Atmen Sie ein, strecken Sie die Arme zur Seite, atmen Sie aus, lassen Sie die Beine zur rechten Seite fallen und schauen Sie nach links. Genießen Sie diese Übung. Sie dehnt intensiv die Unterleibsmuskeln, hilft bei Verdauungsproblemen und löst Verspannungen im Rücken. Mit der nächsten Einatmung kommen Sie wieder zurück zur Mitte und spüren der Übung nach. Jakult Jeder Tag ein guter Tag Und Herr acronym Marok? Bis zum nächsten Mal. Aus